Ich begrüße euch zu einem neuen Video aus der Reihe die besten Eiweißriegel im Test. Heute gucke ich mir mal näher den Oh Yeah Eiweißriegel an. Es ist ein ganz spezieller Eiweißriegel. Der Hersteller selbst hat nicht wirklich viel im Angebot und deswegen ist diese Firma allgemein bei uns relativ unbekannt. Aber doch ist dieser Riegel wirklich sehr beliebt. Und ja, schauen wir uns doch mal an. Hier vorne steht erstmal direkt drauf 28 Gramm Protein, No Trans-Fat, Geschmacksrichtung, Creamy Vanilla und Karamell. Hört sich erstmal ganz gut an. Insgesamt sind es 85 Gramm Gesamtmasse. Und ja, von den Werten her kann man hier schon Parallelen ziehen zu dem Supreme Eiweißriegel, den ich erst letztens im Test hatte. Gucken wir uns doch mal die Werte genauer an. Also man kann erkennen, dass der Riegel 370 Kilokalorien an Brennwert hat. Das ist glaube ich ganz genauso viel wie der Supreme Eiweißriegel. Und ja, etwas mehr Fett, dafür weniger Kohlenhydrate. Und 28 Gramm Eiweiß liegt auch in etwa in der Region. Der Supreme hatte glaube ich 30 Gramm Eiweiß pro Riegel. Ja, ansonsten werde ich den Riegel jetzt mal auspacken und euch präsentieren. Ja, ausgepackt sieht der Riegel dann so aus. Und das, was natürlich als erstes ins Auge sticht, ist der weiße Schokoladenüberzug. Die meisten Riegel sind ja eher mit dunkler Schokolade überzogen. Man kann hier auch schon sehr gut die einzelnen Nüsse erkennen. Das ist auch das Besondere an dem Riegel. Der hat, ja, Sojanüsse quasi viel enthalten. Und auch die inneren Werte lesen sich eigentlich ganz gut. Er hat viel Milchprotein, Milchprotein-Isolat, Kasein. Also das Protein kommt letztendlich aus der Kuhmilch. Was natürlich für Kraftsportler sehr gut ist, besonders vor und nach dem Training. Ja, und jetzt werde ich mir mal ein klein bisschen gönnen. Ja, abgebissen sieht der Riegel dann so aus. Und, ja, man kann sofort die Nüsse erkennen im Inneren. Und ich muss sagen, es schmeckt wirklich unglaublich gut. Also, es schmeckt sehr stark nach Nüssen. Man könnte hier wirklich nicht denken, dass es ein Eiweißriegel ist, sondern eher ein gewöhnlicher Riegel aus dem Supermarkt. Nach der Marke Snickers oder Mars. Ja, den ausführlichen Testbericht ist wie immer direkt unter dem Video. Klickt auf die Links, abonniert mich. Bis dahin, euer Patrick für Eiweißriegel-Test.de